UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Vous avez une bonne idée de venir ? Il y a un plan. Il y avait quelqu'un ? Ils ont descendu jusqu'à l'escalier. Hé ! Il y a quelqu'un ? Peut-être que quelqu'un veut nous faire peur. Ici ? Ça m'étonnerait. Wenn Papa sich nicht versteckt hätte, hätten ihn die Einbrecher auch verbrögelt. Was ? Warum hast du's mir nicht gesagt ? Lüg mich bitte nicht an, ja ? Ihr seid die Lügner ! Ça va entre vous deux ? Was ist hier los ? Was ist das ? Willst du mir jetzt sagen, ich hab' mir das nur eingebildet ? Max ? Max, das ist jetzt nicht mehr lustig ! Unser Lügner ! Euer Christian. Ben Schönger ! Du futurst. Du futurst. würde...